Volksstimme hieß eine einflussreiche sozialdemokratische Tageszeitung zunächst nur für den Rhein- und Maingau, Wetterau und Taunus. Ab 1906 für Südwestdeutschland, die vom 25. Dezember 1889 bzw. regulär vom 2. Januar 1890 bis zum 1. März 1933 in Frankfurt am Main erschien. Sie erreichte eine verkaufte Auflage von bis zu 70.000 Exemplaren. Anfangs und auch später nochmals erschien sie vorübergehend unter dem Titel Frankfurter Volksstimme. Geschichte In Frankfurt am Main gab es schon in den 1870er Jahren zwei Versuche, eine sozialdemokratische Zeitung zu etablieren. Der 1875 von Wilhelm Bloss herausgegebene Frankfurter Volksfreund scheiterte schon nach kurzer Zeit, der Volksfreund von Karl Frumme ein Jahr später. Fiel 1878 dem Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie zum Opfer. Die Volksstimme in Frankfurt kam zunächst im Verlag und als Kopfblatt des SPD-eigenen Offenbacher Abendblattes heraus und erhielt ab 1. Mai 1890 einen eigenen Schriftleiter. Träger waren ab 1. Mai 1891 der eigens zu diesem Zweck gegründete Verlag der Volksstimme Meier & Co. Und ab 13. März 1916 die ebenfalls parteieigene Anfang 1900 gegründete Union-Druckerei und Verlagsanstalt GmbH, beide Frankfurt am Main. Die Tageszeitung erschien täglich außer sonntags. Die Probenummer kam in einer Auflage von 3.000 Stück heraus, 1894 hatte das Blatt etwa 6.000 Abnehmer, 1900, 8000. Das war angesichts der starken Frankfurter bürgerlichen Konkurrenz eine hervorragende Zahl. 1914 lasen bis zu 45.000 Leser die Zeitung, 1918 bis zu 70.000, 1928, 4, 0, 0, 0, 0 und 1931 wurden 24.000 Abonnenten gezählt. Die Zahlen von 1929 sind allerdings unsicher, da sie aus unterschiedlichen Quellen stammen und nicht immer klar ist, ob die Zahl der Abonnenten mit oder ohne den Straßenverkauf gezählt wurde. An die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg erinnerte sich Volksstimme-Redakteur Wilhelm Demzander. Die Redaktionsarbeit im preußisch-deutschen Obrigkeitsstaat war voller Risiken. Bis 1911 hatten es acht verantwortlich zeichnende Redakteure, Gustav Hoch, Georg Mayer, Wilhelm Schmidt, Max Quark, Otto Zielowski, Wilhelm Zander, Oskar Quint und Richard Wittrisch, auf zusammen drei Jahre und elf Monate Gefängnis gebracht. Höchstbesteuerter war mit 21 Monaten der für Lokales verantwortliche Otto Zielowski. Selten ist einer von den verantwortlich zeichnenden Redakteuren ungerupft davon gekommen. Alle haben sie ihre staatsbürgerlichen Rechte in der Haftanstalt Preungesheim erworben. Dazu kamen mindestens 60.000 bis 70.000 Mark Geldstrafen und Gerichtskosten. Für kleinliche Dinge, die in anderen Gegenden überhaupt nicht verfolgt oder höchstens mit geringen Geldbußen belegt wurden, gab es in Frankfurt immer Gefängnis- oder hohe Geldstrafen. In den 21 Jahren, von 1890 bis 1911, kamen auf jede Nummer der Volksstimme fünfeinhalb Stunden Gefängnis und 15 Mark Geldstrafe und Gerichtskosten. Man wollte eben verurteilen, Gründe fanden sich immer, blühte Zeit der 1920er Jahre und Untergang im Nationalsozialismus. Mitte der 1920er Jahre ging es dem Verlag der Volksstimme hervorragend. Das Unternehmen war eine Großdrückerei geworden mit 220 Beschäftigten, zu denen noch 600 bis 700 AusträgerInnen kamen. 1929 entstand ein neues großes Verwaltungsgebäude. Ein architektonisches Glanzstück im Stil des neuen Bauens nach Plänen des Architekten Johann Wilhelm Lehr. Mit dem Aufstieg der Nazis ging der Niedergang der sozialdemokratischen Presse einher. Lapidar heißt es in der Verlagsgeschichte. Der Kampf um die Republik, den die Zeitung mit bemerkenswertem Mut führte, ging verloren. Zuvor schon dreimal befristet verboten, verstummte die Volksstimme mit ihrer Ausgabe vom 1. März 1933. Der Versuch, das Unternehmen mit einer den Verhältnissen angepassten neuen Tageszeitung, der Mittagspost, auf eine andere Grundlage zu stellen und damit auch die verbliebenen Arbeitsplätze zu sichern, scheiterte. Am 5. Mai 1933 besetzte bewaffnete SA-Druckerei und Verlagsgebäude. Fünf Tage später fuhr die geheime Staatspolizei vor, beschlagnahmte das Grundstück, trieben das Personal auf die Straße und versiegelten die Türen. Fundorte. Die Zeitung ist nur teilweise erhalten. Bis 1933 vielleicht noch vorhandenes Archivmaterial überlebte nur lückenhaft. So gelang es 1985 nicht, für den Band die Maifeier im Spiegel der Frankfurter Volksstimme mehr als drei Titelseiten der Zeitung aus den Jahren vor 1906 aufzutreiben. Erst ab November 1905 blieb die Zeitung, wenn auch mit großen Lücken in geschlossenen Jahrgängen erhalten. Vor allem durch einen 1953 in teilweise sehr schlechter Qualität verfilmten Bestand des Internationalen Instituts für Sozialgeschichte in Amsterdam, sowie einem geschlossenen Bestand für die Jahre 1920 bis 1933 in Frankfurt, der allerdings aufgrund seines schlechten Zustandes selbst für das 1990 erschienene Jubiläumsbuch der Union-Druckerei nicht reproduziert werden, konnte. Es gibt deshalb zum Beispiel keinen Beweis dafür, dass etwa Samuel Spier Autor der Volksstimme gewesen sei, wie H. M. Hänzel in seiner Biografie Samuel Spiers schreibt. Es existiert nur ein Bericht von Selma Spier, einem entfernten Verwandten, dass sein Onkel Drohbriefe mit der Anrede sie Elender Saujüt erhalten habe, obwohl gar nicht dieser, sondern ein anderer Redakteur der linken Frankfurter Presse mit gleichem Familiennamen der damit gemeinte Autor gewesen sei. Für die Zeit vor 1905 existieren nur sehr wenige Ausgaben und Fragmente der Zeitung in Privatbesitz. Das abgedruckte Maigedicht endet mit den Versen, den Raubzug am Volk zu erneuern. Das Brot uns das Brot wollt wird heuern. Nein, Menschenwohl, Freiheit und Frieden. Die Mai-Parole von 1901 gegen Brotwucher und Hunnenkurs war zutiefst antimilitaristisch und gegen die Politik Wilhelms II gerichtet. Dieser hatte in seiner Hunnenrede die Truppen. Die 1900 zur Niedermetzelung der chinesischen Unabhängigkeitsbewegung von Europäern sogenannter Boxeraufstand entsandt wurden aufgefordert. Sie sollten in China wie die Hunnen hausen. Kein Chinese solle es wagen, einen Europäer Schäl anzusehen. Die Sozialdemokraten waren ähnlich der Haltung der SDP-Führung beim Krieg gegen Frankreich 1870 gegen diesen Imperialismus, dessen Auswirkung die kleinen Leute in Form höherer Steuern, ganz besonders bei Brot, Salz und Petroleum, spürten. Im Juni 1900 hatte der Reichstag gegen die Stimmen der Sozialdemokraten eine Flottenvorlage angenommen. Zur Finanzierung waren drastisch höhere Steuern, etwa auf Getreide und Salz, beschlossen worden. Gegen diesen Brotwucher war auch die im politischen Umfeld der Volksstimme von Samuel Spiel in Frankfurt vorangetriebene Genossenschaftsbäckerei gegründet worden. Diese konnte die Auswirkungen der Kriegspolitik allerdings nur mildern. Mit jeder neuen Flottenvorlage drehte sich die Preisschraube Neuquelle. Hansel, Gott Rutter, Persönlichkeiten, Georg Mayer, verantwortlicher Herausgeber, Inhaber des Verlags, Gustav Hoch, erster Redakteur 1890 bis 1895, Monatsgehalt, 80 Reichsmark, Max Quark, 1896 bis 1917 leitender Redakteur, prägte das Blatt maßgeblich, verließ die Zeitung wegen Meinungsverschiedenheiten über die redaktionelle Linie. Wilhelm Schmidt, 1891 bis 1907 Redakteur, Hans Mark Wald, Chefredakteur 1919 bis 1930, Hermann Wendel, Feuillto, Redakteur 1908 bis 1913, Salomon Grumbach, Redakteur 1904 bis 1907, Edmund Fischer, Redakteur 1892 bis 1903, Leopold Emmel, Politiker, Mitbegründer der Volksstimme 1889, Theodor Thomas, Angestellter der Volksstimme, Samuel Spier, vermutlich Autor der Volksstimme, Oskar Quint, Redakteur 1903 bis 1932, Jakob Altmaier, Redakteur 1917 bis 1919, Wilhelm Zander, Redakteur 1902 bis 1931, Simon Katzenstein, Redakteur 1891,